Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Artan an. Dieser hat über die Marketing-Rakete geschrieben, welche er mit 4,7 Sterne bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Die Marketing-Rakete ist ein Premium-Kurs von Saichiripu in Zusammenarbeit mit Jakob Hager. Hier geht es hauptsächlich um die Monetarisierung von Mikronischen mit Hilfe von Google AdWords. Saichiripu ist ein bekannter Name im Online-Marketing, über den man immer wieder mal stolpert, wenn man sich etwas im Internet aufhält. Er ist ein erfolgreicher Online-Marketer, der sein Wissen und seine Erfahrungen in Form von verschiedenen Produkten anbietet. Sein App-A-Green-System ist wahrscheinlich das berühmteste Produkt und hat schon vielen Menschen helfen können. Außerdem ist er Gründer der Rocket Empire GmbH. Sein Spezialbereich ist das Affiliate-Marketing. Jakob Hager ist Gründer und CAO von Taskwunder.com. Auf seinem Blog findet man zahlreiche Artikel zum Thema Facebook-Marketing, Affiliate-Networks und vieles mehr. Zusammen konnten die beiden einen umfangreichen Pool an nötiglichem Wissen und Tipps und Tricks erstellen. Der komplette Kurs besteht aus drei kleinen Kursen, die jeweils aufgeteilt in mehrere Lektionen sind. Der erste Kurs AdWords-Kurs für Online-Marketer ist der Hauptbestandteil und der größte von allen. Das ist sozusagen das Herz des Kurses. Grob gesagt geht es hier darum, den Kursteilnehmer beizubringen, AdWords zu verstehen, seine Nische zu finden, wie man mit Affiliate-Marketing startet, wie man eine erfolgreiche AdWords-Kampagne aufsetzt und durchführt und wie man letztendlich damit Geld verdienen kann. Da dies der Kern des Kurses ist, möchte ich es aber noch detaillierter darstellen. Der AdWords-Kurs beherbergt insgesamt acht Module und drei Bonus-Module. Im ersten Modul geht es um die Grundlagen. Man wird auf das Thema vorbereitet und es wird gezeigt, wie man die Accounts einrichtet, die man für den Kurs und das erfolgreiche Marketing benötigt. Das zweite Modul zeigt Tracking und Remarketing. Dies ist ein sehr wirksames, starkes Tool im Internet-Marketing. Mit dem Tracking kann man Besucher verfolgen, die zuvor auf der eigenen Webseite waren. Falls sie zum Beispiel durch eine Anzeige auf deiner Webseite gelandet sind, aber nichts gekauft haben, so kann man sehen, welche Webseiten sie danach besuchen. Dies braucht man für das Remarketing oder auch Retargeting genannt. Dort geht es darum, auf den folgenden Webseiten noch einmal die Anzeige schalten zu lassen. Der Besucher wird sozusagen von der Werbung verfolgt. Jeder kennt das wahrscheinlich, wenn er bei Amazon unterwegs war und sich dort bestimmte Produkte angesehen hat, dass die Anzeigen später plötzlich bei Facebook an neuen auftauchen. Wie genau das funktioniert und wie man dies einrichtet, wird hier gezeigt. Im dritten Modul geht es um das Google Display Netzwerk, wo man zum Beispiel erklärt bekommt, wie man Bannerwerbung schalten kann auf Google. Das vierte Modul besteht lediglich aus zwei Lektionen und verrät einige psychologische Tricks, um Werbung klickstark zu gestalten, so dass man hohe Klickraten erzielen kann. Das fünfte Modul ist vielerum umfangreicher. Hier werden die Grundprinzipien des Nischenmarketings erklärt und wie man seine eigenen Nische finden kann. Außerdem werden die verschiedenen Marktplätze vorgestellt, wo man später sein eigenes Produkt oder Affiliate-Produkt anbieten kann. Darunter sind Amazon, Digistore 420, Apricon und EdCell. Modul 6 handelt von dem Erstellen einer eigenen Landingpage mit WordPress und OptimusPress. Landingpages sind sehr wichtig für den Verkauf eines Produktes, da dort die Besucher ihren ersten Eindruck von Produkt erhalten und es häufig dort schon zu einer negativen oder positiven Kaufentscheidung kommen kann. Bei der Erstellung geht es auf einige Regeln zu achten, damit man guten Traffic generieren kann. Alles, was man dazu wissen muss, wird hier kurz und bündig, aber dennoch ausreichend erklärt und veranschaulicht. Modul 7 und 8 handelt von Google AdWords Kampagnen. Im siebten Modul geht es dabei erst einmal um das Erstellen einer solchen und welche verschiedenen Methoden es dort gibt. Vorgestellt wären hier die Torpedo-Kampagne sowie der Traffic-Tsunami. Wie man diese Kampagnen optimiert, z.B. mit Hilfe von Split-Tests zeigt sich im letzten Modul. Das Bonus-Material besteht aus der Erstellung eines eigenen digitalen Produkts, z.B. Videokurs, Webinar usw., der Gestaltung eines Mitgliederbereiches und wie man mit Opt-in arbeitet. Das fasst den ersten Teilkurs zusammen, der bei der Marketing-Rakete angeboten wird. Der zweite Teil nennt sich Google-konforme Landingpage. Man wird dort gebeten, ein Formular auszufüllen, wo man zunächst auswählt, ob man ein eigenes Produkt bewerben oder vertreiben möchte oder ein Affiliate-Produkt. Danach wird man aufgefordert, seine Nische und sein Produkt näher zu beschreiben. Nach einigen Tagen erhält man dann von dem Team der Marketing-Rakete eine Vorlage einer Landingpage zugeschickt, inklusive ein Jahr Hosting dieser Seite. Die Landingpage hält dabei alle Regeln und Vorschriften ein, die Google selbst ausstellt. Sie ist optimiert und an Google komplett angepasst. Der dritte Teil ist die Telefonbearbeitung mit einem Experten. Man bekommt einmal im Monat eine Stunde zur Verfügung gestellt, die man dafür nutzen kann, Fragen zu stellen und diese von einem Experten des Teams beantworten zu lassen. Der Ablauf sieht wie folgt aus. Man füllt wieder ein Formular aus, wo man angibt, was man vertreibt und wo die Interessen liegen. Google Adwords, Landingpages. Außerdem trifft man Angaben darüber, weil man Zeit hat, um ein Telefonat zu führen. An den angegebenen Terminen wird man dann angerufen und erhält eine Beratung. Nach dem Kauf erhält man sofortigen Zugriff auf alle Inhalte. Eine Lektion besteht immer aus mehreren Videos und Downloads. Diese Downloads sind Textdateien, die ergänzend zum Video verwendet werden können. Darüber hinaus gibt es diverse Checklisten. Der komplette Kurs liegt bei 399 Euro und wird über Digistore 24 angeboten. Zahlen kann man mit PayPal, Visa oder Mastercard und Sofortüberweisung. Ratenzahlung ist möglich. Da ich bisher mit den Produkten von Zeitschiripo immer zufrieden war, habe ich hier bedenkenlos zugeschlagen. Ich selbst treibe mich ausschließlich im Bereich des Affiliate-Marketings herum und kann es dafür auch uneingeschränkt empfehlen. Man nährt in voller Breite alles, was man über AdWords wissen muss. Hier kann man als Anfänger aber auch als Fortgeschrittener etwas mitnehmen, da bin ich mir sicher. Es ist eine der umfangreichsten Kurse, die ich bisher belegt habe. Dadurch, dass man sofort auswählen kann, welche Kurse man sich anschauen möchte, verblendert man keine Zeit. Ich sehe mir nur das an, was ich gebrauchen kann. Die Videos sind von hoher Qualität. Die Erklärungen sind einfach unverständlich, sodass man als Anfänger hier keinerlei Probleme haben dürfte. Besonders hilfreich ist der zweite Teil. Da ich selbst noch keine Landingpage hatte, habe ich es mir vom Team erstellen lassen und musste mich nicht damit herumschlagen, dass ich alles beachte, was es zu beachten gibt. Hier wird hier eine Menge Arbeit abgenommen und es wird Top-Qualität abgeliefert. Schon nach wenigen Tagen hatte ich eine E-Mail und war zufrieden. Alles, was ich noch ändern wollte, konnte ich dann im Nachhinein selbst machen und mich dabei noch telefonisch beraten lassen. Mein Fazit. Die Investition nutze hier auf jeden Fall. Mit den neuen Methoden, für mich insbesondere das Remarketing bzw. Retargeting, Abonnent nur das Geld wieder eingenommen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de. Verdammelt. Vielen Dank.